Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und ich werde wieder live streamen und zwar morgen, wie üblich, Samstag, der 27.10. Wir werden diesmal erst um 5 Uhr anfangen, statt um 4 wie normalerweise. Drüben auf www.twitch.tv-böser-gummibaum mit OE geschrieben, statt Ö findet das ganze statt. Zuerst werden wir wie immer Slater Spyers spielen, den Daily nämlich, wie es Tradition ist. Und dann machen wir was Neues, und zwar das, was ihr hier seht, Two Point Hospital. Ist ein Spiel, in dem es darum geht, ein Spital aufzubauen, wie es der Name schon sagt, und zu managen in dieser Plastilin-Welt, die man hier sieht. Er hat eine eigene Art von Humor, angeblich, ich habe davon gehört auf dem FreeMA-Podcast, also Free Moves Ahead-Podcast, wenn ich den höre. Das ist ein Podcast über Strategiespiele und die hatten gerade eine Folge drüber und darum habe ich es mir zugelegt. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert, also entweder ich komme jetzt morgen noch, weil ich muss jetzt gleich arbeiten gehen heute, morgen noch dazu, es anzuspielen, oder ich werde da einfach blind reinhüpfen. Also blind, ich habe es schon drüber gehört, aber ich habe es noch nicht gespielt selber. Ähm, ja. Ich glaube, das wäre alles, oder? Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es jetzt komplett vergessen. Nachher höre ich auf, das Video aufzunehmen und denke mir, shit, ich muss das ganze Video nochmal aufnehmen, weil ich Irgendwas vergessen habe. Was habe ich denn vergessen? Um 5 Uhr fangen wir an. Wir spielen Two Point Hospital. Ja, nein. Ja, nein. Wollte ich noch, ja genau, 35 Euro kostet, wollte ich noch sagen. Was mir jetzt viel vorkommt, wobei die, die, aber ich habe es noch nicht gespielt. What the fuck am I talking about this? Fuck it. Ich freue mich über alle, die, ich freue mich über alle, die vorbeischauen. Bis dann. Servus. Bis dann. Okay. Bis dann. Vielen Dank.